Grüezi miteinander! Die Schweizer Karte bekommt immer mehr Farbe. Und mit dem Kanton St. Gallen geht es heute mit einem rein deutschsprachigen Kanton weiter. Und so wie ich beim Argau sagte, dass der Kanton am Schreibtisch zusammengeschustert wurde, so passt dieses Urteil auch im Falle des Kantons St. Gallen. Noch mehr sogar, denn die einzelnen Teilgebiete, die heute zu St. Gallen gehören, waren anfangs alles andere als begeistert davon, ein Teil des 1803 gegründeten Kantons zu werden. Aber von vorne, vor der Helvetischen Republik 1798, war das Gebiet des heutigen Kantons St. Gallen ein wahrer Flickenteppich. Die Stadt St. Gallen war ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, der Osten, der Süden und der Westen des Kantons wurden als gemeine Herrschaften von unterschiedlichen Kantonen der alten Eidgenossenschaft verwaltet, Werdenberg im Südosten gehörte zu Glarus und das nördlich davon liegende Sachs gehörte zu Zürich. Und die Fürstabtei St. Gallen schloss Ende des 15. Jahrhunderts das ewige Burg- und Landrecht mit den eidgenössischen Orten und wurde damit ebenfalls zu einem zugewandten Ort der Eidgenossenschaft. Als Napoleon und die Franzosen 1798 in die Schweiz einmarschierten, wurde das Gebiet des heutigen St. Gallen in die Kantone Sentis und Lind geteilt. Der Sentis ist ein wunderschöner Berg in den Appenzeller Alpen, an der Grenze von St. Gallen und dem Appenzeller Land. Und die Lind ist ein Fluss. 1802 wurden diese beiden Kantone territorial leicht abgeändert und das nördliche Sentis wurde zu Appenzell und das südliche Lind zu Glarus. Erst 1803 wurde jener Kanton St. Gallen gegründet, den wir heute noch kennen. Und der Name des Kantons ist natürlich auf die Stadt St. Gallen zurückzuführen, die auch der Hauptort des Kantons ist. Der Name der Stadt geht auf den irischen Wandermönch Gallus zurück. Im Jahre 612 zog er sich aufgrund einer Erkrankung in die Einsiedelei zurück, und zwar auf dem Gebiet der heutigen Stadt St. Gallen. Dass die Ostschweiz allgemein gerade St. Gallen heute zur Schweiz gehört, war nicht immer so klar wie seit einigen Jahrhunderten. Ende des 14. Jahrhunderts schlossen sich die Stadt St. Gallen, Wiel, Altstetten und einige Gebiete im Rheintal im Osten des heutigen Kantons dem Schwäbischen Städtebund an. Darunter prominent vertreten natürlich das heute Deutsche Konstanz. Erst danach folgte die vermehrte Einflussnahme der Eidgenossenschaft auf die Gebiete in der Ostschweiz. Dass der 1803 entstandene Kanton zusammengeschustert wurde und nicht auf Begeisterung gestossen ist, das konnte man an unterschiedlichen politischen Bewegungen erkennen. Im Rheintal und im Westen des Kantons strebten die Menschen eigene Kantone und politische Autonomie an. Und im Süden wollte das Saganserland lieber Teil des Kanton Klarus werden. Die Mediationsakte und die neu gegründeten Kantone wurden aber durch die Eidgenossenschaft durchgesetzt und der Kanton St. Gallen überlebte seine jüngsten und turbulentesten Jahre. Aus jener Zeit, also 1803, stammt auch das St. Galler Kantonswappen. Das Rutenbündel mit acht zusammengebundenen Stäben repräsentiert die acht Bezirke, in die sich der Kanton St. Gallen gemäss Verfassung 1803 aufteilte. Das war aber nur einige Jahrzehnte der Fall. Ab 1831 wurde das Kantonsgebiet neu gegliedert und in mehr als acht Bezirke aufgeteilt. Es folgten noch weitere Verfassungsreformen. Die Zahl 8, die das Wappen darstellt, wurde erst 2003 wieder aktuell. Und seitdem besteht St. Gallen, wie 200 Jahre zuvor, wieder aus acht Bezirken. Das Beil in der Mitte soll die gemeinsame Stärke symbolisieren, die die unterschiedlichen Regionen St. Gallens auszeichnen. Und die Farbe Grün steht für die Freiheit, wie schon bei den Kantonswappen des Wattlandes und Thurgau. Mit etwas mehr als einer halben Million Einwohnern ist der Kanton St. Gallen der fünftbevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Und flächenmässig liegt er auf Platz 6. Und auf dieser Fläche findet man je nach Region ganz unterschiedliche, wunderschöne Landschaftsbilder. Das Rheintal im Osten bietet weite Flächen, schöne Täler, charmante Städten und Dörfer. Der Walensee, der zwischen den Kantonen St. Gallen und Klarus liegt, ist ebenso wunderschön. Vor allem, weil er nur einen Katzensprung von den Churviesten entfernt ist. Eine je nach Zählung aus unterschiedlich vielen Gipfeln bestehende Bergkette, die zum Wandern traumhaft, aber auch nur schon fürs Anschauen ein Besuch wert ist. Auch speziell ist die einzige winzig kleine Exklave des Kantons St. Gallen, die im Norden liegt und vom Thurgau umschlossen ist. Der Hof Rach wurde 1846 in einer Übereinkunft von Vertretern beider Kantone an den Kanton St. Gallen abgetreten. Dabei stützte man sich auf eine Grenzurkunde aus dem Jahre 1727. Jetzt ist es generell, aber besonders bei grossen Kantonen klar, dass die Menschen unterschiedliche Dialekte sprechen. Für den Kanton St. Gallen, der seinen Namen der Stadt St. Gallen verdankt, möchte ich aber einen echten Stadt St. Gallen herzeigen, der uns vorführt, wie dort gesprochen wird. Liebe FC St. Gallen Fans, heute ist der Tag gekommen, wo ich meinen Rücktritt mit bekannt gebe. Nach 17 Jahren Profi ist mir der Entscheid natürlich nicht leicht gefallen, aber ich bin überzeugt, dass am Ende dieser Saison der richtige Moment ist, zum Tschau zu sagen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich meine ganze Karriere so gestalten konnte, dass es immer für mich gepasst hat. Und auch dankbar, dass ich zum Schluss noch einmal unsere grün-weissen Farben vertragen durfte. Das ist aber noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch einmal sechs sehr wichtige Spiele und dort werde ich wie immer versuchen, mein Bestes zu geben. In dem Sinn, Pop St. Gallen. Wie schon beim Thurgau hört man hier die Besonderheit des verschluckten R's schön heraus, die vor allem rund um die Stadt St. Gallen typisch ist. Im Dockenburg, im Westen oder im Rheintal im Osten ist diese Besonderheit nicht so ausgeprägt. Besonders ans Herz legen möchte ich euch einen St. Galler, der meines Ermessens viel zu unbekannt ist. Paul Gröninger. Er hat in den späten 1930er Jahren Hunderte, wenn nicht tausende Juden vor dem sicheren Tod bewahrt, als er sie illegal in die Schweiz einschleuste. Er bezahlte für diese Heldentat mit seiner Existenz. Ein Video zu ihm und seiner Geschichte findet ihr in der Infobox und in der Videobeschreibung. Wir schliessen mit St. Gallen den Block an Kantonen von 1803 bereits wieder ab. Ihr erinnert euch, wir starteten 1979 mit dem Jura, reisten weiter zum Wiener Kongress 1815, als drei weitere Kantone hinzukamen, und befanden uns die letzten Folgen im Jahre 1803, als mit der Mediationsakte von Napoleon sechs Kantone gegründet oder der Schweiz angegliedert wurden. Und es ist mir immer wieder passiert, im analogen Leben, aber auch unter den Kantonsvideos, dass es als regelrechte Beleidigung empfunden wird, Frankreich und Napoleon rückblickend für ihre Intervention zu danken. Ihr wisst ja noch, 1798 wurde durch den Einfall Frankreichs die Helvetische Republik ausgerufen, die nur wenig später als 1803 durch einen föderalistischeren Staat ersetzt wurde. 1798 mit der Helvetischen Republik wurden nicht nur Untertanengebiete verboten, sondern Frankreich etablierte in der Schweiz Bürgerrechte, die wir uns untereinander bis dahin nicht zugestehen wollten. Der Kanton St. Gallen ist das beste Beispiel. Nach dem Sturz von Napoleon gab sich St. Gallen 1814 eine eigene, neue Verfassung. Und diese Verfassung war wesentlich undemokratischer und wesentlich zentralistischer als jene Verfassung, die uns 1803 Napoleon von aussen diktierte. Es ist weiss Gott kein Zufall, dass sich der Kanton Watt erst überlegte, statt Freiheit und Vaterland, Freiheit und Gleichheit auf das Wappen zu pflanzen, eine der französischen Wahlsprüche. Es ist weiss Gott kein Zufall, dass die Farben des Dessiner Kantons Wappen an Paris erinnern. Für die Untertanengebiete und viele jener Kantone, die wir bisher besuchten, war 1798, war 1803 keine Unterdrückung, sondern die Befreiung. Und das ist keine historisch kontroverse Interpretation. Für vieles, was wir heute sind und für vieles, was wir heute als Bundesstaat, als Wert und als Errungenschaft hochhalten, wurde 1798 und 1803 der Grundstein gelegt. Und ich kann schon verstehen, dass gewisse Frankreicher einfach nicht mögen oder noch vom französischen Unterricht in der Schule traumatisiert sind. Das alles ändert am enorm grossen und wichtigen Einfluss Frankreichs auf die Schweiz nichts. Und keine Sorge, ich werde bei zum Beispiel Nidwalden schon erwähnen, dass die sich 1798 bei der Eroberung zur Wehr setzten und von den Franzosen erbarmungslos niedergemacht wurden. Aber auch hier darf der Kontext nicht aus den Augen gelassen werden. Waren die Nidwaldner und andere Orte der alten Eidgenossenschaft einfach solch glühende Freiheitskämpfer? Oder hatten sie nur die berechtigte Sorge, dass die ganzen Untertanengebiete flöten gehen, von denen sie und viele andere alte Orte jahrhundertelang profitieren konnten? So viel dazu. Es geht hier nicht darum, ob man es mag oder nicht. Geschichte kann man sich nicht aussuchen. So, 1803 ist also abgeschlossen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, für das wir weitere drei Jahrhunderte zurückreisen werden. In diesem Sinne, merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vor lauter Helvetik und Mediation habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass die Stadt St. Gallen etwa 75'000 Einwohner hat und St. Gallen, wie auch der Thurgau, eine typische SVP-Hochburg ist. Man kann also durchaus diesen Gegensatz von Ost und West herausstreichen, wobei im deutschsprachigen Osten sehr konservativ und sehr mitte-rechtslastig abgestimmt wird und im Westen, also in der französischsprachigen Schweiz, wird eher links-grün, mitte-links abgestimmt. Einfach als Nachtrag unter Vollständigkeit halber, weil ich das jetzt überall gemacht habe und das würde mich wahnsinnig stören, hätte ich das jetzt nicht gesagt. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020